Der folgende Film wird Ihnen präsentiert von Immobilien Schneider. Ich hab halt gedacht, es geht auch so. Ja, ja, Sie haben gedacht, das geht auch so. Was dachten Sie denn? Dass die Menschen aus echtem Kaufinteresse ihr Haus stürmen? Dass diese Leute ihr Eigentum mit Respekt behandeln? Dass alle Besucher ehrliche Menschen sind? Dass ihre Privatsphäre respektiert wird? Dass sie Herr des Hauses bleiben? Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Dass man ihnen wenigstens nachts ihre Ruhe gönnt? Hallo? Es muss doch auch noch was Ordentliches geben. Ja, das gibt es tatsächlich. Geben Sie Ihren wertvollen Besitz in kompetente Hände. Gehen Sie kein Risiko ein und vertrauen Sie sich einem Makler des IVD an. Zählen Sie auf die Unterstützung. Beginnend von der ersten Besichtigung über die Kaufvertragsgestaltung bis hin zur Übergabe. Seien Sie entspannt und genießen Sie einfach den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Ich habe halt gedacht, es geht auch so. und genießen Sie einfach doof.